Epsilon, read me? Vielen Dank an Vertical Robot, dass ihr mir hier einerseits das Spiel zur Verfügung gestellt habt, dass ich hier mein Gameplay-Material aufnehmen konnte und jetzt im Nachhinein, dass ihr mir das Spiel hier nochmal gegeben habt, damit ich diese Verlosung hier starten konnte. Echt geil, danke dafür Leute, super geiler Support. Ich hoffe, ich kann so ein bisschen zurückgeben, dass die Leute hier echt euer Spiel sehen und sagen, boah geil, das muss ich haben, weil meiner Meinung nach ist es ein Must-Have-Titel für die Rift und Ja, wer das nicht gewinnt jetzt bei dem Spiel, sollte sich das echt mal genauer angucken und überlegen, ob man das kaufen möchte. Kommen wir direkt zum Kaufen. Das kostet 34,99€, wie ihr hier seht. Meiner Meinung nach gerechtfertigt. Ich habe bisher aber nur eine Stunde gespielt. Ich weiß nicht, wie lange die Spieldauer jetzt ist. Ich hoffe aber, dass da noch einiges an Spieldauer kommt, besonders wenn die Rätsel wahrscheinlich so ein bisschen knackiger werden. Ja, was dafür. Ja, es ist momentan noch exklusiv, das heißt, ich weiß nicht, ob es mit Rewive funktioniert. Da bin ich mir nicht sicher. Ich kann es leider nicht für euch testen, weil ich keine Rive habe. Ihr könnt natürlich trotzdem mitmachen, die Leute da draußen, die jetzt hier eine Rive haben und sagen, okay, ich möchte es trotzdem testen. Macht mit, Leute. Es kostet nichts und lohnt sich auf jeden Fall, wenn es dann wirklich funktioniert. Ja, kommen wir mal zum Gameplay-Material. Da habe ich ja hier ein bisschen was aufgenommen. Hier sehen wir, ja, das ist ganz am Anfang, da bin ich gelandet. Da fängt das Tutorial so ein bisschen an. Die bauen so das Tutorial ein bisschen in die Story ein. Fand ich echt gut gemacht. Und, äh, ja, das Spiel ist so ein bisschen ein Mystery-Sci-Fi-Adventure, so angesiedelt, würde ich sagen, in dem Bereich. Und, äh, ich fand es echt geil und mich hat das Spiel direkt von Anfang an irgendwie total beeindruckt. Und, äh, ja, grafisch super, Sound ist mega. Die Rätsel sind nicht zu schwer und nicht zu leicht. Also bisher fand ich das echt ausgewogen. Ich weiß nicht, wie das nachher noch so wird, aber ich hoffe mal, das bleibt fair und nicht zu schwer. Aber, das muss man natürlich noch abwarten. Auf jeden Fall, ich, ich finde das Spiel super und, Leute, äh, wenn ihr das noch nicht habt, macht mit. Äh, ihr könnt hier nur gewinnen. So, kommen wir zum Prozedere. Das Ganze findet wieder, äh, bei Glima.io statt, äh, wie alle meine Gewinnspiele. Und zwar, ähm, könnt ihr euch hier einloggen. Ja, wie ihr seht, Amazon mit E-Mail-Adresse, Facebook, äh, Instagram, Mixer, äh, Soundcloud, Steam und so weiter. Mit den ganzen Login-Sachen könnt ihr euch hier einloggen. Ähm. Ähm, Voraussetzung ist, ihr müsst meinen Kanal abonnieren oder abonniert haben. Ähm, Glima.io sieht das ja und, äh, leitet euch dann erstmal auf meine Seite weiter. Dann könnt ihr abonnieren und so weiter. Kommt wieder zurück auf die Seite. So, und dann gibt es noch drei andere Sachen. So, drei. Ähm, die ihr machen könnt, um die Gewinnchance zu erhöhen. Und, äh, die zeige ich euch jetzt hier mal. Das ist, äh, Visit, äh, Tubac VR on Facebook. Also meine Seite auf Facebook besuchen. Dann, äh, meine Instagram-Seite besuchen. Und dann noch, äh, mir folgen auf Twitter. So, dann habt ihr alle vier Sachen, äh, erfolgreich abgeschlossen. Ihr habt dementsprechend eine höhere Chance zu gewinnen. Und, äh, ich würde sagen, lasst euch das nicht entgehen. Das kostet auch nichts. Die meisten sind ja bei, bei Facebook auf jeden Fall. Und, äh, Twitter und Instagram. Ja gut, äh, für Instagram muss man jetzt nicht, äh, eingeloggt sein. Man muss einfach mal kurz meine Seite besuchen. Ja, das dazu. Ähm, das war's eigentlich schon, würde ich sagen. Ich hoffe, äh, Leute, ihr macht alle zahlreich mit. Äh, würde mich echt freuen. Und, äh, ja, ich wünsche natürlich allen, natürlich allen Leuten, die hier jetzt mitmachen, äh, viel Glück. Und, ja, wir sehen uns dann in einer Woche. Äh, ich hoffe, dass ich das Freitag dann direkt noch schaffe, die Auslosung zu machen. Wenn nicht, äh, wird die dann samstags erfolgen. Aber alles andere steht, äh, unten in der Beschreibung. Teilnahmebedingungen und so weiter steht da alles. Und, ja, viel Glück, Leute. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao.